Soll das doppelte zurückbekommen, hab jetzt einen Parkschein. Also, ich halte es kurz und knacke, heute ist ein lustiges Video, ich werde es nicht übertreiben, aber ich habe das Ganze mir nicht selber ausgedacht, trotzdem finde ich es extrem lustig und habe auch mit mal geschrieben, yo Dickerchen, hast du vielleicht mal einen Teil für einen Freund, den du schon etwas länger kennst und willst das auch mal mit mir aufnehmen? Er hat gesagt, brauchst du schwer, trotzdem hat er die Zeit gefunden und heute wird es ein Video dazu geben, peinliche Situation, peinliche Pranks in der Bibliothek, peinliche Songs abspielen. Oh mein Gott! Also das Video hier wird das legendärste Video aller Zeiten. Bruder, ich habe mich gefragt, weil ich niemals damit gerechnet habe, dass du da mitmachen willst und das war seine Intention, er hat mich gefragt, ob wir da in die BIP oder so gehen. Ja, ich werde auch nicht übertreiben, aber ich werde meine Ideen hier rüberspielen und erweitens umsetzen. Deswegen, Teil 1 kommt bei mir, Teil 2 wird bei Rommet kommen, checkt das bitte auch ab. Oder dieses Outfit, ich wäre dope, for real. Brett, deswegen, checkt das ab, weil wer es nicht macht, liebt seine Eltern nicht. Also, ich werde es nicht mehr so sagen, glaube ich. Ich werde es nicht mehr so sagen, aber ich werde es nicht mehr so sagen. Ich bewerte Teens, also ob Hero, Icon, Non-Rare, Welt, bewerte Teens. Non-Rare, Digga, was zum Teufel? Er war der Student mit Mason Biharab, oder? So cool, Digga, ich höre so cool, aber da merkt man wie gut die's machen, dass sie einfach nicht erkannt werden, Bro. Also Winnie wurde erkannt, aber gut. Jetzt keiner sagt, das ist fake. Mit denen, die halt wirklich sprechen soll. 3-4-1-2, 3-4-2-1, ich persönlich spiel momentan 4-3-2-1, im Tor, Courtois, also der ist relativ groß und bringt eine gewisse Spannweite mit. Sorry! Du sprichst mit German? German, ja, ja, ja. Hast du Refinition hier? Für hier? Hast du Refinition? Den Platz? Do you reserve this place? No, it's not. It's out of here. Ja, aber es gibt eine neue Regel. Ja. Die heißt, weißt du was? M-M-K-P ist. M-K-P? M-M-K-P. Was ist M-M-K-P? Dezinis und von der Uni da. Und von der Neurigke Dach. Und da, die Leute die das haben. Dass die nicht so einzurollen w since weil die sonst so schüchtern sind. Wir trauen uns nicht, da zu sitzen, weißt du? Weil wir halt deswegen. M-M-K-P, deswegen. Ich schwöre dir bei Gott, DAS hier Chat ist geistkrank, dass er das so unter spielt ist behindert Bro. Das ist so, Bruder, wow. Einfach wow. Vor allem, weil er noch so zuhört und ich denke, wow, warum habe ich jetzt Scheiße gebaut? Vielleicht muss ich hier raus und so, ich wollte auch nur lernen. Oder verrückt. Ein Karpelhändchen mit kleinen Penis. Ein Karpelhändchen mit kleinen Penis. Ja, das ist so. Ist er auch in Ruhe arbeiten. Ich will das nicht verstehen. Was bedeutet das? Ein Karpelhändchen mit kleinen Penis. Ein Karpelhändchen mit kleinen Penis. Ja, das ist nicht so laut. Ist er unangenehm. Aber weißt du, was ein kleiner Penis ist? Penis. Penis. Das ist hier. Das ist hier. Bitte die Lachen, bitte die Lachen. Okay. Das ist bei mir sehr klein. Okay. Und die Uni hier hat extra Plätze für uns Leute gemacht. Ja, ich habe das nicht gehört. Es gibt einen, ich kann dir zeigen, wenn du willst. Okay. Nein, 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 nein. Ist das okay, wenn ich hier sitze? Nein, 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 nein. Ich traue mich nicht, sonst bei den anderen zu sitzen. Entschuldigung, ja, aber das können wir dir auch immer zeigen. Ja, ich kann zeigen. Oh. Oh, come on. Oh. Oh. Am 30.9. habe ich hier in Erlangen einen Lauf dafür. Was ist diese Plattform? Das ist extra für uns Leute. Für uns Leute? Das ist für uns die Leute, die die Krankheit haben. Die haben extra für diese Zeit. Das sind hier alle Nachrichten, die wir bekommen haben. Das sind hier so Einladungen. Falls du so, wenn dir mental nicht gut ist wegen der MMKP, also wegen deinem kleinen Penis, dann kannst du hier super einrichten. Hier, das ist der Platz, der ist auch extra reserviert für uns. Das würde ich halt in diesem Platz, der ist der Rettung? Ja, ich brauche aber nicht lange. Ich brauche 15 Minuten. 15 Minuten? Ja, dann kannst du wieder kommen. Für was? Ich muss... Nein, ich habe eine Abgabe. Log in. Deswegen, das ist mir auch sehr unangenehm, dass ich dich anspreche. Okay. Weil normalerweise sind die Plätze auf drei. Okay. Ja. Ja. Hier? Ja. Dann kannst du wieder kommen. Okay. Hier. Nein. 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 Ja, weil... Das ist jetzt ein bisschen oli. M.M.K.P. M.M.K.P. M.M.K. Guter Wasser, Teufel. Ganz neu, ganz neu im EFC. Die Mädels sind da. Warte, warte, im Sturm. Im Sturm, ja, warte. B.L.E. Sechs. Sechs, komm mal. Da kommt raus. Hier darf man nicht liegen. Oh, oh, okay. Okay, sag her. Okay, wie lange machen Sie noch? Dann warte ich aus. Ich würde Ihnen bei dir zeigen. Sorry, bist du deutsch? Ich habe eine ganz kurze Frage. Bei dir war gerade einer, ne? Ist es bei dir? Ist es gerade einer gekommen? Da hat dir was gezeigt, ob der einer da ist. Weißt du, wo der ist? 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 Weißt du? Hast du irgendwie gesehen, oder? Weil der hat auch seine Kloche, der ist auch immer hier. Die hat auch hier vergessen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie ich das machen kann? Ich habe überlegt, vielleicht wo und dich da hinzutun. Woher dieses Flüstern macht es noch so ganz, ganz komisch. Und hier vielleicht so ganz, ganz komisch. Und hier ist auch ein bisschen. Weil die hat diesen Trade, weißt du, mit Hemden zusammen. Also du weißt das wahrscheinlich nicht. Aber die hat so einen Trade, wo sie ihre Powerschüsse richtig... Ich weiß nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Aber du bist so in Kontakt mit dem Trading. Hast du seine Nummer oder so? Nein, gar nicht. Gar nicht. Du kennst ihn nicht. Gar nicht. Nee. Schon. Aber hast du Trading-Tipps, bei denen ich investieren kann oder so? Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Und du weißt auch nicht, wo der hingeloppt ist. Ja. Scheiße. Aber trotzdem, vielen Dank. Ich mache die Tipps einfach, okay? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. 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 Kann ich dich machen? Ganz kurz. Okay. Das geht. Nein. Ganz kurz. Ich habe hier Pelé und Hansen. Wen soll ich hier spielen? Wen soll ich da spielen? Soll ich Butellas da spielen oder wer? Weil die linken... Achso. Sorry. Bruder, wie nervig, ja. Das ist dieses unangenehme Lustig. Aber ich habe ja jetzt nicht Geisteskanzler. Ja. Ja.